Deswegen glauben wir, dass vor allem 2024 das Jahr der Stockpicker wird, wieder mal. Allerdings glauben wir auch, dass vor allem Small Mid Caps im Bereich zu Large Caps Rückenwind erfahren werden und diese dann dieses Jahr vielleicht auch outperformen. Herzlich willkommen aus dem Mannheim beim großen Finale der fünften Staffel von Future Fun Stars. Bei mir René Kerkhoff von Köln und Kerkhoff. Du warst oder ihr wart im letzten Jahr beim großen Finale dabei. Deswegen herzlich willkommen und schön, dass du auch wieder in der fünften Staffel hier dabei bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Der Fondsstart von euch ist jetzt schon ein paar Monate her, im Oktober letzten Jahresseite gestartet. Wie ist der Start verlaufen? Das ist ja nicht immer ganz leicht, einen neuen Fonds aufzulegen und dann zu starten. Ich wollte gerade sagen, es ist natürlich nicht immer die leichteste Übung, aber wir müssen sagen, es ist wirklich sehr, sehr gut verlaufen. Wir hatten auch ein bisschen Rückenwind und ein bisschen Glück von den Märkten. Also wir sind Mitte Oktober gestartet. Dann hatten wir noch eine kleine Jahresendrelle, die wir auch voll mitgenommen haben. Und von dem her sind wir sehr, sehr zufrieden. Und der Fonds ist jetzt seit Auflage knapp 12 Prozent im Plus. Also von dem her hoffen wir, dass es jetzt so weitergeht. Der Jahresstart ist ja auch schon mal oder verspricht ja vielleicht einiges. Wie ordnest du den aktuellen Markt ein? Wir glauben jetzt wirklich, dass wir das Zinsplateau im Endeffekt erreicht haben. Also von hier aus gehen die Zinsen jetzt eher wahrscheinlich mal einen Tick seitwärts und dann auf jeden Fall runter. Und von der gesamten Marktlage finden wir das eigentlich sehr positiv für Small und Mid Caps. Also deswegen glauben wir, dass vor allem 2024 das Jahr der Stockpicker wird, wieder mal. Allerdings glauben wir auch, dass vor allem Small-Mid Caps im Bereich zu Large Caps Rückenwind erfahren werden und diese dann dieses Jahr vielleicht auch outperformen. Bei Sektoren, die ganz stark bei euch im Fokus stehen, Tech und Healthcare. Tech natürlich letztes Jahr überragend gut gelaufen. Ist jetzt der Healthcare-Sektor vielleicht auch ein bisschen stärker gewichtet, um ein bisschen mehr auf diese Qualität zu setzen? Oder wie ist da die aktuelle Gewichtung bei euch? Eigentlich sind wir vom Tech-Healthcare-Gewichtung im Fonds relativ ausgeglichen. Also wir haben gesagt, so insgesamt beide Sektoren machen so die Hälfte vom Portfolio aus, mal ganz grob. Und davon dann wiederum die Hälfte. Und ich muss wirklich sagen, also vor allem die Healthcare-Aktien haben zum Jahresende letzten Jahres uns nochmal ganz schön Vorschub verliehen. Und im Endeffekt sind es beide super spannende Sektoren, strukturelle Trends dahinter. Das Wachstum ist weiterhin gut. Also auch in den Bereichen sehen wir aktuell sehr, sehr viel Potenzial. Haben hier auch das Portfolio demnach allokiert. Und von dem her blicken wir sehr zuversichtlich ins Jahr 24. Weniger zuversichtlich blicken viele auf Deutschland aktuell. Den Wirtschaftsstandort auch politisch einiges los. Wie ist das bei euch im Portfolio? Ist deswegen Deutschland auch eher untergewichtet, weil ihr ja eigentlich einen Skandinavien- und Dachfokus habt? Von der Fondsallokation ist Deutschland schon tendenziell eher untergewichtet aktuell. Einfach aufgrund der politischen Lage. Nichtsdestotrotz stehen wir dahinter auch zu den Aussagen, die wir vorher getätigt haben. Wenn die Unternehmen gut sind und vor allem gut geführt sind, dann sind politische Sachen eher kurzfristiger Natur. Nichtsdestotrotz sehen wir schon, dass Gelder auch teilweise so ein bisschen aus deutschen Fonds dann vielleicht rausfließen. Und wir sehen aktuell wirklich sehr, sehr viel Potenzial in der skandinavischen Region. Also auch Ende letzten Jahres haben wir da eine Roadshow nochmal gemacht. Haben alle Portfolio-Firmen nochmal abgeklappert, die wir auf der Watchlist haben. Und das war auch wirklich zum Jahresende auch nochmal ein sehr, sehr schöner Performancetreiber. Von dem her auf deine Frage zurückgenommen, zurückzukommen. Skandinavien sehen wir gerade sehr, sehr stark. Schweiz hat auch noch einiges an Nachholpotenzial und Deutschland eher ein bisschen untergewichtet. Insofern positiv für Nebenwerte das Zinsplatteur erreicht und auch einen erfolgreichen Fondsstart hingelegt, hat René Kerkhoff von Köln & Kerkhoff. Vielen lieben Dank für deine Einblicke. Dank dir. Vielen lieben Dank.